Was macht man, wenn man Musikproduzent ist und das Paradies auf Erden findet, aber das Fehlen eines erstklassigen Aufnahmestudios es schwer macht, dort zu arbeiten? Man baut eins. Die Geschichte von Palmer Music Studios begann, als zwei Freunde erkannten, dass Palmer ein kreatives Zentrum für Musik und Sound fehlte. Sie fanden ein Grundstück, gruben ein fünf Meter tiefes Loch und bauten 2017 sechs Studios und einen Live-Raum auf drei Etagen im Herzen von Palmer de Mallorca. Die Nachricht vom Studio verbreitete sich schnell. Künstler aus aller Welt begannen in Studiozukommen. Für Songwriting-Camps, Rockband-Sessions, Orchesteraufnahmen, Podcasts und Hörbücher. Auch die Filmindustrie wurde aufmerksam und kam für Postproduktion und Sprachaufnahmen. Während des Lockdowns 2020 eröffneten sie an der Musikakademie in veranstalteten Online-Masterclasses, bis die Kunden zurückkehren konnten. Heute sind die Palmer Music Studios ein renommierter Tempel der Sounds, das Kunden aus der ganzen Welt anziehen. Mallorca hat sich in ein blühendes Zentrum für Kreative verwandelt, die auf dieser wunderschönen Insel leben und arbeiten.